Der Rohölpreis hat gestern auf sich aufmerksam gemacht, denn er ist deutlich mal nach unten gekommen. Das ist eine Geschichte, die schon länger so nicht mehr stattgefunden hat. Wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart. Ja, hier Rücksetzer gab es schon auch mal. Der letzte deutliche, der war aber erst 18. Mai. Das war diese Bewegung hier. Alles, was wir danach hatten, das war mehr harmlos und vor allen Dingen häufig dreiwellig oder eben mehrfach aufgesplittet. Was hat das nochmal mit der Dreiwilligkeit? Das hatte ich nochmal als Frage irgendwo gesehen. Ich sage immer einfach A, B, C beispielsweise. Was ist das mit dem A, B, C? Das ist relativ leicht erklärt. In der wellentheoretischen Welt, sage ich jetzt mal, unterscheidet man die starken Bewegungen und die werden durchgezählt mit Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, sowas in der Richtung. Während Korrekturen mit Buchstaben beziffert werden, also A, B, C. Ein A, B, C, was mir hier auffällt, nach diesem scharfen Rücksetzer hier im 15-Minuten-Chart haben wir etwas, was A, B, C aufgeteilt werden kann. Mit fünf Buchstaben ist das hier so eine Sache. Brauchen wir nicht, können wir nicht gut verwenden. Das ist, denke ich mal, hier als Gegenbewegung. Und nach so einer starken ersten Abwärtsbewegung lässt das vermuten, dass nochmal sowas in der Richtung kommt. Also nochmal so eine Abwärtsbewegung. Ob das jetzt wirklich den Markt massiv dreht, so von wegen ab jetzt muss er nach unten fallen. Das ist natürlich nicht gesagt. Also lasst euch nicht einlullen hier von wegen, ah, wenn der Kurs jetzt so eine Abwärtsbewegung macht, so wie wir das hier jetzt haben, dann muss er kilometerweit fallen. Nein, das muss er nicht. Aber zumindest so eine typische Wiederholung der Bewegung, es ist so typisch, es ist so wahrscheinlich. Das sollte man auf dem Plan haben. Insbesondere ist das spannend, weil wir jetzt im Moment in so einen Bereich rangekommen sind, wo manche einer sagt, Mensch, das Niveau kenne ich doch. Tatsächlich vielleicht aus dem Oktober 2018. Wir sehen das hier bei CL, das ist WTI oder WTI, sagen viele dazu, als Ölpreis aus Amerika sozusagen. Und wir sind da auf ein ganz interessantes Niveau rangekommen. Das alleine dreht natürlich nicht den Markt. Bitte nicht jetzt den Eindruck haben, da ist eine Linie, da muss der Kurs umdrehen. Das ist grober Unfug. Aber es lässt einige dann sagen, muss ich jetzt noch kaufen, wenn wir da an so einer Widerstandsmarke sind. Ich warte nochmal kurz. Und je mehr dann wegfallen, desto eher ist das dann, dass das Thema da zu Ende ist. Ich hatte das vorhin erzählt, die Haupttrendrichtung, das ist häufig was, was mit Zahlen beschrieben wird. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dieses Fünffällige, was wir hier haben. Und es ist jetzt kein Hinweis, nur weil ich bis fünf gezählt habe, dass es an der Stelle jetzt beendet sein muss. Aber die Chancen steigen natürlich, je mehr wir auf irgendwelche Widerstandszonen eben kommen. Das heißt, wir sollten uns langsam, aber sicher damit abfinden, dass es Abwärtsbewegungen geben kann. Ganz wichtig. Nicht muss, sondern kann. Deshalb achten wir jetzt zum Beispiel sehr intensiv darauf, was macht er denn hier im Kleinen? Passiert jetzt sowas in der Richtung Ja oder Nein? Achtet da mal drauf. Und dann könnt ihr sehen, ob diese Bewegungen einigermaßen symmetrisch sind. Also ob, sprich diese Bewegung, dann kommt die Korrektur, ob die Anschlussbewegung ähnlich lang ist. Wird sie länger? Wird sie immer länger? Desto weniger relevant ist es, dass es nur so eine Zwischenbewegung ist, sondern wird es mehr relevant, dass es dann noch eine Korrektur gibt und anschließend noch mal eine Fortsetzung. Und dann seht ihr wieder, sind wir in der Fünffälligkeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und demnach müsste dann so etwas folgen und anschließend noch mal eine starke Abwärtsbewegung. Das ist aber noch nicht klar, denn noch ist es durchaus denkbar, dass wir dann hier schon wieder anhalten. Nämlich sprich diese Bewegung noch mal nach unten. Also behaltet das im Auge. So eine einfache Projektion, diese A, B, C, diese 1 zu 1 Bewegung hier ebenfalls A, B, C sozusagen. Das wird dann entschieden, wenn wir diese 1 zu 1 Bewegung haben, ob der Kurs an der Stelle dann anhält oder ob er sogar weiterfällt und nur wackelig nach oben kommt. Wackelig bedeutet, die Trendfortsetzung passiert dann noch mal. So ähnlich könnte uns das sogar beim Euro gegen US-Dollar passieren, denn auch hier haben wir sowas, da habe ich hier eine Zeichnung gemacht. Das will ich aber in diesem Video nicht breittreten, denn dazu haben wir heute einen Trade des Tages gemacht mit einer konkreten Tradingvorstellung. Wie ihr vielleicht das noch nutzen könnt oder euch zumindest mal angucken könnt, ob auch jetzt noch ein Einstieg lohnt, ist alles da drin beschrieben. Meldet euch an für den Trade des Tages, dann kriegt ihr zukünftig immer rechtzeitig Informationen, damit ihr gegebenenfalls schauen könnt, ob das für euch was Spannendes ist. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!